Unterscheiden Sie, und zwar an einer Börse, Loco-Geschäfte und Termingeschäfte. Das ist auch sehr einfach zu beantworten. Loco-Geschäfte bedeutet, hier wird sofort geliefert. Erfüllung sofort, könnte man auch sagen. Und hier wird später geliefert, nämlich zu einem bestimmten Termin später in der Zukunft. Das ist der Unterschied. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert